Ja, grüße guten Mädchen und Buben, hier ist wieder der Peter von BBQ, Alt Berlach, heute machen wir einen kleinen Ausflug, den Start mal oder den Sex mal, wissen wir nicht, je nach Wetterlage, schaut mal her, hier, Kreuzspinne, sehr schön, hält uns die Fliegenferngeher im Karawan, also, kommt mit, ich wünsche euch viel Spaß, was der Tag bringt, weiß ich nicht, weil wir fangen ja gerade erst an, also, auf geht's. Ja, das Start mal ist es dann erst noch geworden, da fahren wir jetzt gerade durch und das Wetter ist auch wieder besser und die Monate ein bisschen so grau gefahren sind und jetzt fahren wir noch Peter TV, nach meinem TV. Vielen Dank. So, jetzt sind wir quasi am Ziel angekommen, in Peter Tevis einmal. Jetzt in meinem Tevis und ziehen uns jetzt hier Wanderschule an, werden schnell Brotzeit machen. Da gibt ein paar von den Ur-Einwohnern da hinten gesehen, hier gibt es viele Schafe, Schafe heißen Schafe, genau. Wir werden jetzt da hinten den Hügel hinaufkraxeln, haben wir Peter, Hapu, Hapu, weil wir von unten schon die Pferde gesehen haben, die Dartmooponis, die hier frei herumlaufen. Und da gibt es auf diesem Hügel, gibt es welche und die besuchen wir jetzt ja und ja, so machen wir das jetzt auch, aber jetzt gibt es erstmal Brotzeit und das war eine schöne Straße, die letzte. Von da unten sind wir jetzt hoch, schaut euch mal diesen, diesen Blick an. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da unten die schöne Kathedrale, kleine Kirche von Peter Tevis. Viel wichtiger ist das Peter Tevis in der Nimm, aber wir müssen am Berg hinauf, gell. Jetzt bin ich wieder herunten, gell, vom Hügel, also unfallfrei, rauf, unfallfrei runter. Also normal müssen wir jetzt so einen Eiswagen suchen, einen bestimmten, ich hoffe, den sehen wir noch. Also haben wir doch gefunden, unseren Eiswagen, sofort hin, Willi's Devonshire Ice Cream. Und alles gut? Ja, mit so einer bunten Waffelschuh und mir. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Eindrücke hier vom Dartmoor National Park und für uns können es dann danach irgendwann heim. Und alles gut, dass wir jetzt noch ein paar Eindrücke hier sind. Und alles gut, dass wir jetzt noch ein paar Eindrücke hier sind. Und alles gut, dass wir jetzt noch ein paar Eindrücke hier sind. Und hier geht's auf einmal zu, wie es auch. Und hier geht's auf einmal zu, wie es auch. Und es scheint irgendein Gewässer zu sein. Schauen wir mal, dass wir jetzt noch ein paar Eindrücke hier sind. Ich vermute mein Stausee. Ja, schaut so aus, als hätte ich recht gehabt. Irgendwas wird hier gestaut. Ich hab's jetzt gemerkt, wenn wir die Kamera rein so geputzt. Das hab ich nicht mehr da an den Sternchenfiltern. Schauen wir mal, das ist so eine Art, ja, hier hat die Staumauer, da kann man drüber schauen. Schauen wir mal, auf der anderen Seite müsste das Wasser sein. Ist das nicht schön, aber... Ist das nicht schön, aber... Ja, da... Ist das schon, wenn wir plötzlich hier laufen? Ja, ihr könnt da irgendwo in Kanada sein, also die Berge und Hügel und den Wälder und da sagt mir einer, warum fahrt sie nach England, ich glaube, wegen solcher Ausblicke. Ja, dann habe ich natürlich noch etwas getränkt, meine Frau hat es geschafft, wenn ich jetzt die Eppelzeit eiskalt bis hier ins Datenmarkt zu bringen. Vielen Dank Spassel und das ist so das Eppelwahl praktisch, gell. Und den Daniel, boah, das ist gut zu brauchen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch Spaß gemacht, Daumen hoch wäre super, auch netter Kommentar auch und da unten, wie immer, wenn ihr nicht abonniert habt. Und sonst war es das heute aus dem Datenmarkt. Boah, ist ja gut. 40. Göttlich. 45. 41. 42.